Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Klär mich auf, Oddy Dieses Zimmer sieht aus wie eine Art Schrein Hast du den Kühlschrank nach abgehackten Köpfen durchsucht? Das ist Stormy Llewellyn Stormy und ich sind dafür bestimmt, für immer zusammen zu sein Das muss für dich sein Ich hab ein Tor zur Hölle gefunden Verschwinde von der Oddy Hast du wieder mal Tote gesehen? Es geht nicht um die Toten, Sir Sondern darum, wer bald tot sein könnte Du hast ein Geheimnis Du bist entweder ein Hellseher, ein Wahrsager Oder du besitzt irgendeinen Zaubertrank Ich suche hier einen Kerl Der Tube ist gruselig Sind diese Bodex-Fiecher zu sehen? Bodex? Wenn sie auftauchen, lassen Gewalt und Blutvergießen nicht lange auf sich warten Wenn die rausfinden, dass du sie sehen kannst, dann werden sie dich einfach töten Ich hab solche Angst um dich, Oddy In deinem Traum sind viele Leute gestorben, hm? Ja, so ist es Werden deine Träume wahr? Diese Stadt steckt in ernsthaften Schwierigkeiten Ich will, dass nachdem Bob Robertson sofort gefahndet wird Am 15. August Glauben Sie mir, dieses Datum wird Picomundo nie vergessen